Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer Kurzanleitung, wie ihr die M23 Server Software über das Installations-ISO installieren könnt. Das Installationsprogramm ist absichtlich einfach gehalten und bietet euch nur wenige Einstellmöglichkeiten. Wenn ihr eine komplexere Konfiguration benötigt, verwendet den offiziellen Debian Installer und installiert die M23 Server Software anschließend über Debian Pakete. Hierzu gibt es übrigens ein weiteres Video. In diesem Video werde ich VirtualBox verwenden, um den Installationsvorgang zu zeigen. Natürlich könnt ihr auch eine andere Virtualisierungslösung verwenden oder das M23 Server Installations-ISO auf echter Hardware installieren. Zur Verwendung auf echter Hardware müsst ihr das ISO z.B. über Unetbootin oder Tuxboot auf einen USB-Stick schreiben oder eine DVD brennen. So viel zur Vorrede. Los geht's! Beginnen wir also mit dem Erstellen einer neuen virtuellen Maschine für den M23 Server. Klickt dazu als erstes auf Neu. Dann vergebt einen aussagekräftigen Namen, wie z.B. M23 Server. Unter Typ wählt ihr Linux und unter Version Debian 64-Bit. Debian 64-Bit funktioniert ganz gut als Profil unter den verschiedenen VirtualBox-Versionen, auch wenn das M23 Server Installations-ISO selbst bloß 32-bittig ist. Die Größe des Arbeitsspeichers solltet ihr bei 1024 MB, also einem Gigabyte, lassen. Die Festplatte, ja, wollen wir erzeugen. Das Format ist auch in Ordnung. Dynamisch wachsend, damit wirklich auf der realen Festplatte nur so viel Platz belegt wird, wie auch zum Speichern der Daten benötigt wird. Nochmal auf Weiter klicken und hier die Größe auf 25 GB erhöhen. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert, um ein bisschen damit zu experimentieren, um auch wirklich produktiv arbeiten zu können, mal verschiedene Distributionen und Desktops zu installieren. Es geht mit 25 GB eigentlich ganz gut. Auf Erzeugen klicken. Als nächstes nehmen wir uns die Einstellung vor. Einmal bei Netzwerk statt NAT die Netzwerkbrücke nehmen, damit sich der M23 Server später wie ein normaler Rechner innerhalb des Netzwerkes verhält. Was ich auch noch mache, ist bei Audio immer die Soundkarte zu deaktivieren. Ein M23 Server braucht keine Audiokarte, also weg damit. Damit ist der Server soweit konfiguriert. Jetzt können wir ihn starten. Dazu wählen wir das ISO aus. Diese Auswahl-Dialoge sehen unter den verschiedenen VirtualBox-Versionen etwas anders aus. Unter der Version 6.1, wie ich sie hier benutze, ist es ein bisschen komplizierter. Bei den Vorgängerversionen kann man direkt das ISO auswählen. Also auf dieses Symbol klicken, dann einmal hinzufügen, dann das ISO auswählen, wo ihr es auch immer runtergeladen habt, auf Öffnen klicken und auswählen. Anschließend auf Starten klicken. Hier könnt ihr auf Enter drücken, damit es einen Tick schneller geht. Als nächstes wählen wir die Sprache für die Installation und auch für das Betriebssystem aus. Ich würde es auf Deutsch lassen. Jetzt gibt es eine kleine Hardware-Erkennung, damit SCSI-Controller, SATA-Controller, Netzwerkkarten usw. auch funktionieren. Einmal den Willkommensbildschirm bestätigen. Jetzt vergeben wir das Passwort für den Root-Zugang. Das sollte für eine Produktivumgebung sicher sein. Jetzt vergeben wir den Namen für den M23-Server. Ich nenne ihn einfach mal M23-Server. Dann die IP-Adresse, die er später haben soll. Das ist bei mir hier die 23. Die Netzwerkmaske wird für die meisten richtig sein. Ansonsten gebt ihr was anderes ein. Aus der IP-Adresse und der Netzwerkmaske wird jetzt die Netzwerkadresse berechnet. Falls das nicht stimmen sollte, einfach anpassen. Genauso wie die Broadcast-Adresse. Hier gebt ihr noch das Gateway ein, also euren Router. Und ein DNS-Server. Ihr könnt ihn einfach so belassen, wie er ist. Der funktioniert eigentlich ganz gut. Aber alles andere könnt ihr natürlich auch nehmen, wenn dort ein DNS-Server ist. Hier seht ihr noch mal die Eingaben, die ihr vorher gemacht habt. Wenn alles okay ist, auf Yes gehen. Als nächstes geht es an die Partitionierung und Formatierung der Festplatte. Das M23-Setup legt zwei Partitionen auf der ersten Festplatte an. Einmal für Daten und das Betriebssystem und die zweite Partition für Swap. Würde ich auch so lassen. Es sei denn, ihr wollt irgendwas anderes. Aber im Zweifelsfall wäre vielleicht die Installation über den normalen Debian-Installer und danach installieren der M23-Pakete da eine bessere Wahl. So, eine letzte Warnung, bevor es losgeht. Und jetzt geht es los mit dem Partitionieren und Formatieren im Hintergrund. Und hier wird auch schon das Debian-Betriebssystem installiert. Danke. Fehlermeldungen, die während der Installationsphase auftreten, sind normalerweise nicht kritisch. Die sind einfach ganz normal, weil das Betriebssystem noch nicht direkt von der Festplatte läuft. Hier geht es jetzt darum, dass die eigentliche M23 Software nachinstalliert wird über Debian-Pakete. Die liegen alle auf dem ISO auch drauf. Da ist also noch kein Netzwerkzugang nötig. Dann gibt es immer wieder Stellen im M23 Setup, wo es so aussehen könnte, als ob das eingefroren ist. Das ist aber nicht der Fall. Das kommt immer dann vor, wenn Kryptoschlüssel erstellt werden sollen. Hier ist es ein RSA-Schlüssel. Dann gibt es Stellen, wo SSL-Schlüssel erstellt werden sollen mit Zertifikaten für den sicheren Zugriff auf den Webserver. Dann gibt es SSH-Schlüssel und GPG-Schlüssel. Habt einfach ein bisschen Geduld, bis das Ganze von alleine weitergeht. Fehlermeldungen, dass Dienste nicht gestartet werden können, wie hier der Apache 2. Das ist auch ganz normal, denn im Moment laufen sehr viele Dienste eben noch nicht wirklich während der Installationsphase, aber auch das ist normal. Die werden erst dann gestartet, wenn sie benötigt werden, also nach dem ersten Start von der Festplatte. Jetzt ist die M23 Server und das Betriebssystem prinzipiell soweit eingerichtet. Allerdings könnt ihr jetzt noch den M23 Server aktualisieren. Das ist sinnvoll, das jetzt hier zu machen. Also einfach Yes wählen. Denn zwischen der Veröffentlichung des ISOs bis zum Installationszeitpunkt kann ja immer noch wieder was passieren. Also von daher einfach Yes nehmen. Es sei denn irgendwas ganz Gewichtiges spricht dagegen. So, jetzt ist der M23 Server aktualisiert. Jetzt könnt ihr noch entscheiden, ob das System bootfähig gemacht werden soll. Das solltet ihr wirklich hier auswählen. Ansonsten müsst ihr per Hand den Grub Boot Manager einrichten. Und das macht in den meisten Fällen wirklich keinen Sinn. Also lasst es bei Standard und nehmt OK. So, jetzt ist die Installation wirklich komplett durch. Jetzt könnt ihr OK drücken und dann wird automatisch die CD ausgeworfen. Und ein Neustart gemacht. Jetzt startet der M23 Server das erste Mal von der virtuellen Festplatte. Soweit so unspektakulär. Jetzt könnt ihr mit einem Webbrowser unter der IP-Adresse, die ihr vergeben habt, gucken, was dort läuft. Und ihr seht es ist ein M23 Server. Was ihr mit dem M23 Server machen könnt, zeige ich euch in einem anderen Video. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie geht dat aber? Untertitelung des ZDF, 2020